Markus Sümpelmann, der bereits von einem Wolfsangriff auf den Horstkampshof in Schermbeck betroffen war, hat nun neues Videomaterial vorgelegt. Darauf ist eindrucksvoll zu sehen, wie der Wolf den hohen, förderfähigen Zaun mühelos überspringt. Also was sieht man jetzt hier genau? Also hier können wir schön sehen, einmal haben wir hier unseren Draht, 1,45 Meter Oberkante, das ist 1,25 Meter. Stromführend und hiervor sehen wir, wie der Wolf gekratzt hat, das ist ja jetzt schon ein paar Tage her, wie er hier, das ist eine Fläche von 1, 2, 3 Meter bis hier hinten gekratzt hat. Das kann man auf dem Videomaterial ja gut erkennen, wie er mehrfach hier nach hinten in die Erde arbeitete, wofür er das gemacht hat. Also manche sagen, er hat sich eine Start- und Landebahn gebaut, um dann schön sauber abzuspringen. So, jetzt erkennen wir hier deutlich bei der Wärmebildaufnahme, dass der Wolf auf einer Breite von 3 Metern zweimal über sich eine Lenkspur kratzt und schaut sich den Draht dabei an. Er schaut nach links und nach rechts immer wieder in den Kameras, er kratzt, er läuft wieder vor, er geht wieder zurück, kratzt immer noch, kratzt und dann geht er nochmal wieder ganz zurück und in dem Moment dann holt er aus, zum Sprung aus und springt in einem Satz auf einer Höhe, ich würde schätzen von über 1,80 Meter über den Draht, ganz elegant drüber her und überspringt eine Fläche von circa 5 Metern in der Breite, 5 Meter in der Breite, 1,80 Meter in der Höhe. Bleibt für genau 10 Sekunden in unserer Wiese, wird dadurch sicher irgendwie gestört werden von irgendwas, wir wissen nicht was, dreht sich sofort postwenden wieder um und auch da, er nimmt einmal Anlauf und mit einem ganz eleganten Sprung, mit ganz viel Abstand zu unserem Draht, springt er einfach wieder zurück und verlässt nach und nach dann hier die Hochfläche. Zuvor mit einer Wärmebildkamera aufgenommen, jetzt in schwarz-weiß zu sehen, beides in hoher Qualität. Als Landwirtin hier mit dem Wolf zusammen zu leben, was sind da die Schwierigkeiten für Sie oder wo sehen Sie die Herausforderung, Frau Sumpelmann? Also ich bin überzeugte Weidetierhalterin, also ich finde Tiere, also Kühe, Milchvieh, Rinder gehören auf die Wiese, ich mache das gerne, nur so weiß ich auch nicht weiter. Wir können es nicht leisten, die Kühe so einzuzäunen oder auch wenn wir die Kühe so einzäunen, es reicht ja nicht und noch höher, geht auch nicht und wir haben jetzt alle Tiere aufgestallt. Ich weiß im nächsten Frühjahr noch nicht, wie es weitergehen soll, wie wir die Tiere raustun sollen, ohne dass die irgendwie geschützt sind. Was für mich auch noch wichtig ist, also wir sehen ja hier, ist eine Wölfin, die nicht mal versucht, unten drunter herzukommen, also sie macht ihre Start- und Landebahn, aber so ein richtiges Graben unter dem Zaun versucht sie erst gar nicht. Ob sie den Untergrabeschutz riecht, ja glaube ich auch nicht. Nur ganz gezielt überspringt die diesem Zaun und das gibt sie an ihre Kinder weiter. Es kann sein, dass es Wölfe gibt, die kein Problem sind bei solchen Zäunen oder wenn auch die Besiedlung nicht so stark ist, aber hier, es muss möglich sein, dass eine Wölfin Gloria, dass die entnommen werden darf, denn die zeigt sich ja seit vielen Jahren als extrem auffällig. Also das heißt, das kann ihr Mann dann jetzt auch so bestätigen, dass gerade hier, wo die Landwirtschaft so eng im Naturpark ist, also ein Wolf keinen Platz hat. Genau, hier in diesem Gebiet, wo wir, ich sage mal, einer Seite ist die Autobahn die A3, andere Seite die 31, Lippung, Kanal, oben die 67N. Denn das ist nun ein gewisses kleines Gebiet, das ist eine Kulturlandschaft, die wir versuchen zu pflegen mit unseren Weidetieren. Das wird alles nicht mehr möglich sein, wenn das so mit den Wölfen weitergeht. Und ich finde, jetzt ist es auch irgendwann gut gewesen, jetzt muss auch mal irgendwann auch vor allem die Politik kommen. Eine Frau Lembke, die sagt, wir werden auch noch mit dem Wolf fertig. Ich sehe nichts, ich höre nichts, es passiert nichts. Wir haben jeden Tag nur neue Probleme damit und da muss jetzt endlich mal von der Politik ein Handeln kommen. Das heißt also nicht, dass Sie jetzt unter Wolfshaster gehen, sondern es geht einfach um eine normale und gute Regulierung. Genau, ich habe gar nichts gegen den Wolf und einzelne Wölfe kann mit Sicherheit unser Land vertragen, alles gar kein Problem. Aber so wie es jetzt hier läuft, unkontrollierte Vermehrung, das geht so nicht. Wo kommen wir da hin? Und man sieht ja, ich meine, im Raum Schermbeck, wie viele Schafshalter haben schon die Schafshaltung eingestellt? Da hört man so in den Medien nichts von. Nee, aber die hören einfach auf, die geben ihre Schafshaltung auf. Und wenn ich das sehe hier bei uns, wir haben hier 20.000 Euro dazugetan zu dieser rausgeschmissenen 10.000 Euro Fördersumme. Für das Geld hätten wir den schönsten Squanamehroboter von viermal Hussmann kaufen können, dann wäre die Wiese auch sauber gemäht gewesen. Der Wert der Schafe dahinter, das sind 1.000 Euro. Wofür macht man das denn dann? Wir haben da ein bisschen Spaß dran, deswegen macht man so was. Aber so geht das nicht. Eigentlich ein schöner Freilauf für die ganzen Rinder, so wie das auch artgerecht sein soll oder könnte. Aber da hier der Wolf sich regelmäßig in nächster Nähe rumtreibt, bleibt der Familie Sümpelmann natürlich nichts anderes übrig, als die Kühe im Stall zu lassen.